jo leute und damit willkommen wieder zurück zu liftold l2 mit flash ja und mit zentos wir nehmen gleich hintereinander die nächste auf und dann sind wir nämlich auch fertig danach so sieht es aus die addons die machen wir irgendwann zwischendurch mal ja wenn wir dazu zeit haben und weniger let's plays am start die felder haben augen die bombe haben ohren und wir haben wie war es mit ich habe heute noch nicht so viel gerustet jetzt kommt der nächste wuster also andere charakter wieder wir wissen auch nicht warum das jetzt erst kommt aber naja das stimmt egal kennen wir das nicht schon ich meine das kennen wir schon hier wissen katana wieder nicht heute nicht sicher dann go go das ist echt merkwürdig komisch wir wissen ja nicht mehr um mehr was mit den anderen passiert ist dann da habe ich das eben mal gesehen ja ich nehme doch das katana mit kannst du meine zweite waffe mitnehmen ich bin ja ist klar ja ein hunter und spucker aha alter wie sah der boomer denn aus bisschen widerlich so wie du ne aber ich bin der coach diesmal wieder vor eine gebäude ja auch bei unserem holpfosten stehen da wo wir eben durch geschwebt sind monatow durch diese tür und hier hat gelacht nicht über diesen baum stamm oder doch wächst ja geht es langsam na wenn er damit nicht über diesen laut ach du sche- äh ok ja einfach runterspringen kommen wie jetzt verarscht schon wieder saifu ja verarschen na lass rein hier ich hab jetzt erstmal grad midi pack genommen ich hab das vom anfang nicht mitgenommen oh idiot ok ja vier level glaub ich ne die letzten level ey ja die letzten level naja naja ist halt so dann ist das halt so jup komm einmal heilen und ein neues midi pack nehmen ey was willst du dich denn heilen komm ich heil mich auch nochmal obwohl es sich gar nicht lohnt 86 doch einfach liegen zu lassen für die nächsten leute naja für welche nächsten leute hier durch oh geil ich kann mir noch molo molly ja mach das jawohl boah was was ist das so hell ja scheiß nicht also ich sehe gar nichts bei mir ist das grad verdammt hell gewesen hm war bei mir auch boah ok ok waffen hk nimm mich auch wieder nimm mich auch wieder hm hm ja ja du kriegst das hier auch noch ja nur ich nachladen musste penner nein also also nicht alter jetzt mal hinter uns vorne kommt ja kommt da du bist du müssen da hoch ne oder oder ist auch ich da war sagt was er kommt mal dahinten ouch er ist da und ja ich kann er noch nicht mit zum rockern hunter meine du hast das denn für ein level hier was macht rochelle denn es hat die vor dich zu nachladen polizei knüppel ein knüppel ich glaube ich gleich los da rein oder logik logik left for dead logik naja nicht du ball hast mich immer noch ab mich wo ich mit katana nur hier rum rotze so dies jetzt für dich extra zentos katana ja dann hat er die sumpflinge schon wieder ok ok ja das war die mit der gänsege weggeschnetzel egal nicht egal ein bisschen sprit habe ich noch ein bisschen sprit habe ich noch ein bisschen sprit habe ich noch mal lassen wir müssen kettensäge wo schießt bloß sich in meinen rücken rein ich nehme die erfahrung mit ihr so nähen nach da oben und ich renne einfach so mit boah cha cha ja direkt jetzt noch mal verbandszeug weil ich barz mich und neben mir das sind das immer die sumpflinge ja da sind sie komischen sumpflinge wir sind ja auch diesmal achtung schleim und alle ränder einfach nochmal durch ne ich war schon hinterher durch machen sie den keine ahnung kaputt schießen sie die fässer fässer kaputt schießen geh weg ach die hier wow wow der alarm wurde ausgelöst der alarm wurde ausgelöst der alarm wurde ausgelöst der alarm wurde ausgelöst laufen wie lang hast du da ja oh 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 nee 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 Boah ey Ja geil Ketten siege weg kriegt eine Pistole so Ja Ist klar Ja Vorsicht vorsicht starke Strömung Hm Nööö 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 Müsst mal langsam hier so ja wenn das feier weg ist das ist nur noch am knallen hier tschüss centos wir müssen unbedingt weiter immer mehr müsste ich eigentlich auch aber ich ziehe jetzt einfach durch hier alter die strömung ja genau nicht heil mich doch alter wie auch mal ein ernst wo ist jetzt nick ach man der schmackt hier rum weißt du wie packt das jetzt hier rum mit nick man lasst mich doch jetzt mal in ruhe du arschgeige in tolles centos ich kann nichts machen entweder ist ja so nick der will mich ganz erteilen unten helfen schnell rochelle ja toll und nick will mich ganz erteilen ich töte jetzt einfach nick ohne witz boah ey ja ich kann nix machen du bist gleich auch tot wenn mir nick nicht offen mein junge alter geben die auf den sack man ich kann nix machen ja wir können das level gleich nochmal neu spielen weil nick geht mir grad auf den sack mit seinem heilen und tschüss wir sind beide tot dieser penner echt ja ich bin nick wollte mich ganz erteilen das hat rumgebackt ich konnte nicht rumspringen hä ich konnte nix machen mein pisser echt ich konnte keinen meter mich bewegen ich konnte springen dann hat mich nick wieder geheilt dann konnte ich wieder springen dann hat mich nick wieder geheilt ich kann es nachher in der aufnahme sehen spacko ey aber das war ja diese starke strömung die hätte dich ja sonst runter gezogen und da ich da in der ecke fest saß und nick auch meinte er mich heilen zu müssen ich kam ja auch nicht weg ja gut du standst ja noch im raum fest aber ich konnte nix machen ich hing da fest weil die ganze zombies kam meine fresse ey boi haut ab geht weg ich schwöre gleich kn.. sollte nick mich da nochmal nerven knall ich den einfach stumpf wie die fresse kaputt das hast du auch machen können hab ich ja ganz der versucht der wollte sich dann immer wieder weiter heilen 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 mhm Affenkind ey da kommt äh Jockey hm ach ja Penis nick ey die charakter sind noch schlimmer als die anderen beiden naja ich renne hier schon mal hoch ja lass mich mal fliegen bis wir schon vorsicht du fliegt sonst gleich ne 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 dass mich in ruhe jedoch man muss nur laut werden ehrlich mich gleich noch mal knall ich ihn ab ja mach doch blöde also wie gesagt in einer strömung du bist ja da in den raum reingekommen ich bin ja weiter runtergefallen nein kein meter die sind in sumpf säcke deswegen habe ich auch mal messer dabei ja irgendwie habe ich auch zu viele zombies gott im sack hier ja toll in jubel hatte er hatte mich naja kann man ja ruhig wiederholen haben ja gerade sowieso 30 minuten gehabt hier unten war noch mutti ja die liegt aber noch ich bin hinter die ich freue mich auf die statistik und auf die kohle statistik noch hand her weil hinten immer noch alter was wird das denn noch meiner herr freudig was machen die affen da ja ich habe ihn auch ok knallt wieder und weiter ich glaube diesmal das würde ich nicht ja aber das problem ist ich muss mich gleich dennoch halten ohne witz hier fristig scheiße ganz ruhig meinetwegen alle töten ich muss mich gerade heilen hat nichts naja so weiter und diesmal darauf achten ja ich war ja recht ich bin nur zu weit runtergegangen bin ich vorher rechts rechts eingegangen leckt mich doch am zucker lead zombies meine güte das ist ein scheiß gang ist das schmaler was diese hält wollte ich mir erst ein messer mit ich kann nicht nur das problem habe ich eben gehört was ja was ja und meinst du warum ich ein messer mit hab komm rochelle heil dich einfach mal alter krüppel waffen aus war bis zum feinsten so geschafft